Das ist total geil Mama, das Ding, du schaffst das diesen Schmurati mit einer Hand zu bedienen. Gleise so unten drin und oben mit dem Finger, voll geil. Ich hab's hier kommt. Vielen Dank. Ich krieg einen Laufenden, krampen Mutterschenkel. Ne, glaub ich. Wo ist denn diese Gino? Die ist dort eine und zum Klemmen. Das steht eine. Ne, nicht ab. Come on, baby. Was ist denn, ich habe ein kleines Schmur? wo ist das? Vielen Dank.